Unreal Engine Sieht halt schon mega genial aus, das Spiel muss man sagen. Haha, krass. Dum 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 dum. Freezer. Er ist schon so aufgeregt. Naruto. Raffi. Und... Son Goku. Bitch. Das wird geil. Ich bin aufgeregt. 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 Das ist ja Plätze mal schwierig. Nicht schlecht. Verwende linkes Knick oben und x für einen hohen Ansturm. Und verwende linken Knick unten für einen niedrigen Ansturm. Den hohen Ansturm schleudert den Gegner nach mehreren Schlägen in die Luft. Der letzte Schlag schleudert ihn hoch und wieder auf den Boden. Ein niedriger Ansturm besteht aus mehreren Schlägen, die schwer zu konnten sind. Der letzte Schlag schleudert deine Gegner auf den Boden. Hä? Und jetzt das gleiche mit unten Bäm, 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 bäm Boah In die Fresse So, drücke auf den Boden Wiederholt Y oder drücke Y In die Luft, um einen schweren Angriff auszuführen Drücke Y oder halte die Tastlänge gedrückt Und lass sie los, um einen schweren Schmettern auszuführen Drücke auf den Boden B Um deine Gegner zu greifen und dann zu werfen Okay Tja Bye Bye Halte rechte Button gedrückt, um Angriffe abzuwerden Abwärm, verringe den Schaden, den du leidest Aber Würfe, deine Gegner kannst du nicht abwehren Bewege LS, während du abwehrst Um einen Schritt in die entsprechende Richtung zu gehen Okay Aua Huah 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 Bam Bam Bam, 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 bam 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 Huah Den hat's weggefeuert Kann ich auch ein Kamera mehr machen Kann ich auch ein Kamera mehr machen? Huah 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 Aufhebung verfolgen. Wenn zwei Verfolgenmanöver aufeinander treffen, werden beide unwirksam. Was ist Verfolgenmanöver? Fokussieren. Während du Energie fokussierst, wird die Fertigkeitenanzeige aufgeladen. Hm. Er sieht so geil aus. Er kommt schon klar. Und tschüss. Aber das ist es, dass du mit der ersten Behandlung in der ersten Behandlung hast. Aber ich habe noch keine Namen. Das ist ein guter Name. Hat er noch nichts gesagt? Du hast es gemacht. Gokuu, wir sind jetzt zurück in der Basecamp. Wir sind jetzt wieder zurück in den Rufi und Naruto. Ab ins Lager Ja, das war schon interessant Ich fühle mich auch gar nicht schlecht an das Kampfsystem Muss man so sagen Bin echt mal gespannt, ob da noch mehr Kombos aber auch kommen Irgendwie erinnert es mich an Destiny Fetzige Musik Guck đã rief Guck 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 Ah, das stimmt. Das ist doch nicht so, dass ich nicht mehr essen habe. Ich habe mich nicht verraten. Ich habe mich nicht verraten. Ich habe mich nicht verraten. Das ist doch nicht so, was ich? Ich habe mich nicht verraten. Die Menschen, die hierher kommen, werden mich alle hier sehr interessiert. Was ist denn das? Kenne ich aus keinem Manga. Was ist denn das? Ich bin meine, Herr Ritt. Ich bin meine, Herr Ritt. Ich bin meine, Herr Ritt. Es ist ein Mensch, was ich? Ich bin der Angriff, dass ich ein Mensch, der Realität nicht so verklebt. Das ist der Mensch, dass die Welt von der Realität nicht so verklebt werden. Der Welt von der Realität ist eine Schwierbar, die Welt so verklebt werden. So... Die Augen. Da bin ich auch mal gespannt. Hm, wenn irgendwas mit dem Ton nicht so ganz in Ordnung ist, Also was müssen wir das sagen? Also ob man mich hört, während da was kommt. Also diese Charaktere kenn ich auch nicht. Was passierte jetzt? Okay, machen wir uns bereit, ein paar Leuten auf die Fresse zu hauen. Kapitel 1. Das aufkeimende Böse. Was solltest du das jetzt sagen? Was solltest du das? Was solltest du das? Lass uns die Grundlagen durchgehen bevor du dir dein Team aussuchst. Schau dir zuerst in alle Ruhe alle Teamgebiete an. Scheint ein bisschen arg, man liegt das Licht auf mein Gesicht, oder? Na ja, dann gucken wir doch mal. Ich habe mich verirrt. Ah, Karte. So, ähm. Ist halt echt hübsch. Also, muss man einfach mal so sagen. Ich kenne den ganzen Tag dancen mit ihrs Musik. Also die ganzen Texturen und so. Mega. Na ja gut, aber wir wollen jetzt mal ein bisschen was erleben. Nur nicht nur plabbern. Wie geht's denn jetzt hier lang? Karte. Kann ich bestimmt runterspringen, oder? Hä? Okay. Hallo, Rebecca. Hm. Geile Schnitte. Du. Na ja, okay. Oder auch nicht so. Nein, was warst B? Hallo. Jedes Mal, wenn ich mir die Basis ansehe, bin ich erstaunt, wie gut sie konstruiert ist. Bevor ich hierher kam, war ich Architektin. Ich muss einfach bewundern, wie dieses Gebäude geschaffen ist. Ja, ne, nicht wirklich geil. Ähm. Okay. Oh. Was? 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 Halt, halt, halt. Überfordert. So. Okay. Oh, cool. Hä? Oh, yeah. Der hat die Dance Moose. Ja, das war schon. Hä? Ich schick's nicht. Hehehe. 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 He. He. Ja. Ähm. Hier scheint's wohl auch nichts mehr zu geben. Dann... Hallo Devon. Hallöchen. Helden wie du sind der Grund, warum wir noch leben. Ich bin sehr dankbar, Zuckerschnute. Meine Familie ist in Sicherheit. Das ist wirklich ein Wunder. Aber ich weiß nicht, wohin wir jetzt gehen sollen. Hehehe. Äh. Ah. Wieso ploppt das jetzt auf? Brauche ich das? Ah, Eddy. Hey. Hey da. Wie geht's? Danke für die ganzen Heldentaten, die er vollbringt. Ich bin schon ziemlich lange hier, falls du irgendwelche Fragen hast, wende dich gerne an mich. Okay, okay. Offline-Kampf. Ha. Ha. Online-Kampf. Ha. Ja, gut. Oh, da oben ist auch noch was. Huuu. Ann. Hm. Nette Bene hätte kläne, nur Titten hätte sie gehen, ja? Du kannst glauben, dass dies wirklich geschieht? All diese Welten und Charaktere, von denen ich dachte, sie seien frei gefunden, existieren wirklich. Es ist so großartig. Okay, calm down. Yeah. Die Immobrot. Hui. Männer beim Kämpfen zu sehen, ist was Feines. Aber Frauen kämpfen natürlich mit. Es ist genauso gut. Hohohohoho. Bisexuell. Ähm. Was? Tag auch. Das hier ist der Missionstresen. Nun, sie legen keine Anfragen vor. Was bedeutet, dass es keine Mission gibt? Nee. Ja, gut. Was ist denn das? Warum ploppt das jetzt immer auf? Ah. Events. Wollen wir mal gucken. Vielleicht gibt es ja ein Event schon. Es tut mir leid. Wir haben im Moment nicht geöffnen. Ah. Na gut. So. Mit wem soll ich jetzt alles reden? Hopp. Hopp. Alter. Boah, der quitt ein Turm. Warum? Bruder? Wo bist du? Oh, hallo. Ich weiß nicht, wo mein Bruder ist, aber er muss noch am Leben sein, oder? Es geht ihm doch gut, oder? Oder? Aufwertung. Ja gut. Ja gut. Danny. Der sieht genauso aus wie die andere. Shoppen? Ja, endlich. Beim Shoppen entspanne ich mich nicht mehr immer. Im Gegensatz zu meinem Geldbottel. Ja gut. Greeny. Also ich glaube mit dem wollen wir echt nicht reden. Die haben echt nichts Normales zu sagen. Oder nichts Gescheites. Ja, Mission gibt es ja eh keine. Hey Yokimura blablablablablablabla Blablablablablabla Hä? Da kann ich echt nicht drauf springen Son Goku Oh Team Alpha Team Alpha. Das Team gefällt mir schon mal. Also so ein Goku finde ich mega, Piccolo auch gut, Zoro ist Hammer und Gaara ist auch ganz cool, vor allem da er halt nicht in seiner Hokage Form wie jetzt ein Boruto ist mit seinen dämlichen Haaren. Ja gut, okay, das war jetzt ein aufklärendes Gespräch. Das ist aber nicht die Phasen, Sunny. Das ist eine Verarsche. Kann ich schwimmen? Ne, unsichtbare Wand. Marine Schiff. Boah, so könnte ich mir halt auch echt einen One Piece Film so in 3D vorstellen. So bam. Haha. Oh je, warte. Aber wenn es nur nicht der Name wäre, wäre das halt echt ein geiles Thumbnail. Mann. Kann ich den Namen nicht ausschalten? Aha, aha. Nein, halt. Nein. Ich will ihn noch nicht anpassen. Alles gut. Der sieht super aus. Mann, 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 Mann. So, ich glaube, ich mache jetzt mal so ein kleines bisschen den Rollladen runter, sonst sieht man mich halt echt nicht. Geil, ich wieder da. Das ist schon besser, dann blendest du nicht so im Gesicht und ich habe trotzdem genug Licht für die Webcam. So, ähm. Dann, 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 dann. Da, 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 da. Gegenstände. Kommunikation. Shop. Okay, da gibt es nichts spannendes. Dann reden wir mal mit Ruffy. Hey, Kater, du bist auch wieder wach. Na? Wo ist Ruffy? Ach, da. Du hast vieles Glück gehabt. Ich bin ganz anders. Und dann, 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 dann. Du bist bist der Alte. Ich bin ein Auto. Ich bin da sie selbst schon. Ich bin der Alte. Ich bin, da ist er. Das ist wirklich keinates. Ich bin проблем, aber Ele. Ich bin so gut. Na ja gut, das Team finde ich jetzt nicht so überrauschend. Sanji und Boa Hancock. Lame. Dann gucken wir doch mal an, was Naruto noch so zu bieten hat. Hopp, 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 hopp. Tchung, 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 tchung. So. Da-da-da-da. Da-da-da-da-da-da. Das ist der falsche Weg. Eindeutig. Hm, hm, hm. Da-da-da. Ja. Wo sind wir da oben? Da kommen wir natürlich nicht hin. War ja klar. Oh. 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 Da-da-da. Ja. Ja. Da ist ja Kakashi dabei und Trunks. Oh, Sasuke. Ich bleibe bei Team Goku. Ich bin eh mehr so ein Alpha-Männchen, weißt du? Deswegen Team Alpha. So, und jetzt? Ich geh jetzt mal zu dem direkten Klobber. Ab zu Team Alpha. Auf die Fresse hauen. Okay, dann kommt das mit mir. Ich bin sicher. Ich bin sicher, Herr Son. Ich glaube, ich bin sicher, dass ich etwas zu erzählen habe. Ich glaube, das ist das. Also, ich bin sicher. Ich bin sicher. Hm? Der Kater sieht irgendwas draußen im Fenster. Hm. Der Kater. Vielen Dank.